Guten Morgen! Ich begrüße euch ganz herzlich zum guten Morgen, Börse, gemeinsam mit XTB heute am Freitag, den 10. November 2023, letzter Anderstag der Woche und wir wollen uns natürlich einen Blick auf die aktuellen Gegebenheiten hier gönnen. Der eine oder andere ist vielleicht ein bisschen nervös geworden gestern auf diese kleine Korrektur, so möchten wir sie mal bezeichnen, im Nasdaq, folgend auf einige Kommentare von Jay Powell vielleicht auch, der sich doch ein bisschen restriktiver hat präsentiert. Ich hatte die Rede gar nicht auf dem Schirm, ich werde gleich zeigen, warum sie dann trotzdem eine Rolle spielte. Da gab es einen ganz lustigen Zwischenfall, ehrlich gesagt. Einen menschlichen Zwischenfall von Jay Powell, der durchaus charmant anmutet, beziehungsweise ihn sympathisch macht. Aber dazu gleich in wenigen Minuten mehr. Wie gesagt, wir haben einen kurzen Rücksetzer gesehen, im Großen und Ganzen ist aber nichts passiert, der Nasdaq hat einfach nur das korrigiert, was er am Dienstag überraschend, meiner Einschätzung nach, an Aufschlägen gesehen hat. Das heißt also Marketplace, Querstrich Aktienindizes, die bleiben weiter eigentlich unattraktiv. Jetzt in den Wochenschluss hinein dürften eher weiter ein shoppiges Treiben sehen. Ich glaube nicht, dass das jetzt der Beginn ist eines nächsten scharfen Lecks auf der Unterseite. Nicht, dass es ausgeschlossen wäre, welche Level da eine Rolle spielen, auch dazu in wenigen Minuten mehr. Aber ich glaube der Cherry-Pick-Modus, also das heißt, sich die Kirche rauszusuchen, damit fährt man weiter wesentlich besser als in Marketplace. Bevor wir uns en Detail hier den einzelnen Märkten widmen, zunächst der Blick auf den Risikoinweis. Die Vision und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sein Ausgehen hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil. Und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Hat er sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo heruntertestet, dann risikofrei. Schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Und sofern man das mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständige Risiken, man weiß ganz besonders, auf xdb.com.de. Gerne auch die Möglichkeit nutzen, den Kundensupport im Berliner Büro zu kontaktieren. Kontaktdetails folgengleich, kurz an eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten. Als Anlageempfehlung missverstehen, es handelt sich um ein reines edukatives, informatives Event. Ihr könnt eure Fragen stellen unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion, aber bitte nichts, wie gesagt, als Anlageempfehlung missverstehen. Dann die Kontaktdetails. Berliner Büro bzw. auch E-Mail natürlich gerne die Möglichkeit nutzen, falls ihr Fragen haben solltet zu xdb.com.de. Bester CFD-Broker des Jahres 2023 ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die dazu geführt haben, werden hier einmal links aufgeführt. Und, naja, die xStation, die ragt dort heraus als Flagship und definitiv auch mal einen näheren Blick wert. Und auf die wollen wir jetzt einen Blick werfen. Einen Blick werfen hier auf den DAX und die aktuelle Price-Action. Ich habe gerade eben schon vor wenigen Minuten im Live-Event mit den Kunden hier von xdb gesagt, ich würde es nicht überbewerten in Bezug auf, was wir gestern zu sehen bekommen haben. Und wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn wir eher eine choppige Action zu sehen bekommen, was wiederum davon abhängen dürfte, wie sich die europäischen Indizes präsentieren. Und da sind wir dann beim DAX, bei dem ich sagte, naja, vielleicht zur Eröffnung. Wir sind jetzt kurz nach der Kasseröffnung, 9 Uhr, also 9.20 Uhr, roundabout. Vielleicht ein kleiner Pop-Ziel, 15,370 vielleicht auf der Oberseite. Das könnte vielleicht schon ausreichen, dann eher ein ruhiges Treiben. Ich möchte den DAX weder long noch short sein, das will ich ganz ehrlich sagen. Also das ist nur ein übergeordnetes Bild, um dann zu zeigen, was Bedarf ist für die US-Märkte. Um da nicht weiteren Abgabedruck zu sehen. Da sehen wir jetzt diesen kurzen Pop auf der Oberseite. Und naja, wie gesagt, also weder long noch short möchte ich den DAX aktuell sein. Mal schauen, wenn wir die gestrigen Tiefs unterschreiten würden. Das wäre roundabout. Hier würde ich mal sagen, also das ist ein Tief, sehen wir übrigens von vorgestern. Also wir haben relativ stabil gehalten tatsächlich gestern sich. Vielleicht hier diese Region um 15,2, 20, 230, 250. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir diese Gefilde aktuell anlaufen. Zumindest solange es ruhig bleibt, besonders aus der geopolitischen Perspektive. Nächster potenzielle Impulsgeber erst die Inflationszahlen. Nächste Woche aus den USA am Dienstag. Bis dahin sollte hier nichts groß erwartet werden. Wie gesagt, schauen wir mal. Aktuell in der Vorbörse sieht es ja solider aus in Europa. Super, demnach sollten wir auch erstmal zunächst jedenfalls hier keine ernsthafte Gefahr sehen für die 4,32er Region im Spider. Das ist der ETF auf den S&P 500, den wir uns hier anschauen, weil wir da die reine Kasse abgebildet sehen. Gehandelt zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr. Wir sind jetzt zwar wieder zurückgerutscht unter die 5-Tage-Linie. Das muss allerdings auch mit einkalkuliert werden an der Stelle. Wir haben bis dato, es ist noch kein Beinbruch oder dergleichen. Das durfte erwartet werden vor dem Hintergrund dieser Konsolidierung, die wir einfach seit Montag schon hier skizziert hatten. Gehen wir jetzt allerdings unter die 4,32, schließen wir das Gap, dann bis 4,30. Das wäre roundabout korrespondierend mit einem Retest hier im S&P 500. Dann eventuell der Region um 4.330 Punkte. Dann könnte es ein bisschen röter werden in den Wochenschlussehenden, aber nochmal. Ich würde das nicht überbewerten. Auch bezogen auf den Tech-Sektor, hier auf die Queues. Wir toppen aus, jetzt im Bereich um die Oktoberhochs. Wir hatten ja überraschenderweise hier diesen Break gesehen, übergeordnet. Aus dieser potenziellen, ich hatte sie als Bullenflagge bezeichnet, bezeichnen wir auch immer noch als Bullenflagge. Hier bereits am Dienstag, was ein bisschen überraschend kam. Wir haben jetzt einfach diese Aufschläge komplett wieder hergegeben. Also sprich Breakout am Dienstag, Konsolidierung am Mittwoch und dann Rücksetzer der gesamten Aufschläge. Und fertig. Das war es eigentlich schon. Demnach ist das alles nicht überzubewerten. Ich glaube, wie gesagt, wir warten auf frische Impulsgeber und sind weiterhin im sogenannten Cherry-Pick-Modus unterwegs. Sollten wir eben jetzt hier schauen. Und da wird es vielleicht ganz interessant. Das sind jetzt zwar nicht die aktivst gehandelten Aktien und die haben vielleicht auch, der ein oder andere hat sie gar nicht auf dem Schirm. Aber nichtsdestotrotz, beziehungsweise Moment, bevor wir zu den Aktien kommen, jetzt hört mir gerade ein, möchte ich nochmal ganz kurz hier den Kommentar von Paul thematisieren. Vielleicht nochmal mit Ausblick auf die Inflation von gestern. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass da überhaupt eine Rede stattfindet. Und dann lief gestern hier seine Rede. Die wurde gestreamt und dann sind solche kleinen Klimaterroristen dort, haben die Rede gestürmt. Und dann haben sie das Bild ausgemacht. Es war geschwärzt, beziehungsweise dann hatten sie erstmal Jay Powell hier nicht mehr abgebildet. Und dann haben sie die dort rausgeleitet und gesagt, ja, ja, bla, 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 die Welt stirbt, alle sterben, die Wälder sterben, hurra, wir leben noch. Jetzt geht mal bitte wieder raus. Und dann guckte Jay Powell und sagte, also ohne dass man ihn sah, aber das Mikrofon war noch heiß, also das war noch an, sagte er, just close the ... door an dieser Stelle. Also ein Moment von Menschlichkeit, der sehr sympathisch ist. Besonders für eigentlich bekannt, sehr spröde Notenbanker, die doch sehr, sehr neutral auftreten, Politiker grundsätzlich. Aber nochmal Notenbanker, vielleicht eine Schippe obendrauf im Hinblick auf die Korrektheit, auf die Objektivität oder beziehungsweise auf ihre neutrale Haltung und wenige Gefühlsregung. Und das war einfach unglaublich sympathisch hier an der Stelle. Greta Thunberg hat sich auch gleich gemerkt, how dare you. Gut, also Spaß beiseite. Warum es jetzt relevant ist? Weil er sagte, auch innerhalb dieser Rede, und dadurch habe ich nochmal ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut, dass nämlich geldpolitisch ein restriktiver Kurs seitens der US-Notenbank weiter eine Option darstellt. Das ist relevant deswegen, weil nächste Woche eben die Inflationszahlen am Dienstag anstehen. Die habt ihr hier schon mal herausgestellt. Über die X-Station kann man den Kalender gleich ansteuern. Und wenn die jetzt über der Erwartung reinkommen, vielleicht oberhalb sogar der psychologisch wichtigen 4-Prozent-Marke, was mir unwahrscheinlich erscheint, aber was eine Möglichkeit darstellt, dann könnte das dazu führen, dass wir in Folge des jüngstjahr Aufschläge verzeichneten Qs, also folgende auf die FED, beziehungsweise auch im S&P, auch im DAX beispielsweise, dass wir hier eine schärfere Korrektur sehen, weil das nämlich die Wahrscheinlichkeit eines eben geldpolitisch restriktiveren Kurses seitens der US-Notenbank denkbar werden lässt. Das vielleicht nochmal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauend, also es war ein lustiger Zwischenfall, aber man sollte vielleicht auch ein bisschen auf die Fakten achten, die er dort kommuniziert hat und deswegen die für kommende Woche relevant sein sollten. So, und dann könnte heute ganz interessant werden, sowohl Unity Software als auch The Trade Desk, das sind wie gesagt zwei Aktien, die wird ja kaum einer auf dem Schirm haben, aber nichtsdestotrotz, Walt Disney hat relativ gut gestern funktioniert, mit dem Drive und auch der Attacke auf die 91, hier mit dem Breakout und dem Long-Szenario, was wir hier skizziert hatten, ja, stick to a winning team, sagen wir an dieser Stelle und Einzeltitelschein an dieser Stelle, keine so schlechte Variante zu sein, deswegen schauen wir uns dann auch diese an. The Trade Desk und Unity, wie kommt man drauf, warum sind diese Aktien spielen bei mir eine Rolle? Nun, zum einen, weil ich weiß, dass die gestern nachbörslich erstmal Earnings kommuniziert hatten, also hier sehen wir Unity und The Trade Desk und vor allem auch, weil ich mir dann die After Hours anschaue, allmorgendlich bei Market Watch, kostenlos verfügbar und gucke einfach, okay, was waren die meist gehandelten Titel an dieser Stelle und es waren eben hier die größten roten Balken, auch Plug Power kommt da hinzu, aber die ist mir zu leicht, deswegen lassen wir die außen vor, Unity und The Trade Desk. mit zwei fetten roten Balken, also offensichtlich eher enttäuschenden Earnings, auch sehr, sehr aktiv gehandelt, besonders im Hinblick auf The Trade Desk, 6,4 Millionen Aktien, also nur um das mal einzuordnen, da gehen im Tag, am Tag, den letzten drei Monaten im Schnitt 3,6 Millionen Aktien um, die haben also gestern nahezu das Zweifache des täglichen Volumens nachbörslich gehandelt, auf die veröffentlichten Earnings mit einem Gap Down dann von fast 30 Prozent, also das heißt, die müssen ziemlich enttäuschend gewesen sein und ich habe dann hier auch nochmal bei CNBC ein bisschen detaillierter geschaut und also ich hatte zum einen, zum einen hatte ich natürlich die Earnings eingefangen gestern Abend nochmal, die waren eigentlich okay, weil die Guidance war eben schwach für das jetzt laufende vierte Quartal, 580 gegen 610 Millionen und sie verweisen im Hinblick auf diese eher durchwachsende Guidance darauf, dass hier der Streik sowohl in der Autobranche in den USA als auch in Hollywood eine Rolle spielen, das ganz kurz vielleicht zur Erklärung, was macht The Trade Desk überhaupt, The Trade Desk ist für eine Automatisierung von Werbeanzeigen zuständig, also das bedeutet ähnlich wie Google Ads zum Beispiel oder beziehungsweise Facebook Ads, wo Werbung eingespielt wird und das ist der Teich, in dem The Trade Desk eben unterwegs ist und in diesem Zusammenhang, wie gesagt, Gap Down von 30 Prozent, gekennzeichnet hier einmal mit dieser, ich würde es mal stricheln, diese Linie, wir sehen das jetzt hier ja nur rein die Kasse, das ist ungefähr der Bereich, in dem wir hier gappen und wäre nicht auszuschließen, diese durchgezogene Blaufarmelinie sind die Jahrestiefs, also wir haben eine relativ solide Performance zu sehen bekommen, fast mit einer Verdoppelung, aber dann einer klaren Top-Bildung und jetzt diesen enttäuschenden Guidance, durchaus denkbar, dass The Trade Desk ein potenzieller Short-Kandidat ist, unterhalb der gestern ausgebildeten Tiefs, unterhalb der 55 nachbörstlich, könnte das durchaus ein Kandidat sein, der uns Richtung der 50er-Region führt, parallel dazu auch Unity zum Beispiel, ganz interessant, Unity-Software, deswegen erwähnenswert, weil der ein oder andere hat vielleicht bei Apple diese Vision Pro-Brille noch in Gedanken, die man sich aufsetzen kann, also diese Skibrille für Reiche, die 3.500 Dollar kostet und mit den Augen Apps ansteuern kann und Unity sollte in dem Zusammenhang mit ihren programmierten Apps eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen, hat in diesem Zusammenhang einen sehr, sehr starken Lauf gesehen, war eigentlich ganz interessant und dann eben im Rahmen der Top-Bildung im Sommer kontinuierlichen Abwärtstrend etabliert, in den Bereich schon der Jahrestiefs gefallen und jetzt eben Gap-Down von über 10% bis 22 Dollar, wo die 21 reinkommt mit den Allzeit-Tiefs, das sind die 2022er-Jahrestiefs. Also hier wäre richtiger Ausverkauf denkbar, auch da, die Earnings, die waren eigentlich okay, aber was hier verschreckt hatte, also war ja natürlich der Verlust pro Aktie logischerweise, gut, Revenue ja, aber wie gesagt, okay, ja, das ist jetzt nichts katastrophal Schlechtes gewesen, es hätte ein Gap-Down nach sich gezogen, aber dass ich wirklich short bin für die Aktie, auch für den heutigen Handelstag, ist, dass wir keine Guidants zu sehen bekommen haben. Also die haben auch eine Milliarde an Fremdkapital, Schuldenaufnahme kommuniziert, ich habe mir die Details nicht angeschaut, vermutlich im Rahmen einer Wandelanleihe oder dergleichen, sowas wird das laufen, was natürlich den Aktienkurs verwässert und somit Abgabedruck nach sich zieht, aber die haben eben ausgehend von einem nicht ganz klar formulierten Vision für die Zukunft, trotz dieses starken Business-Ausblickes mit der Vision Pro-Kooperation, mit Apple und dergleichen, keine Guidants ausgegeben und das sorgt eben dafür, dass die Aktie heute auch ein potenzieller Short-Kandidat ist. Also übergeordnet die Plays, Marketplace, DAX, S&P, Nasdaq, nicht sonderlich interessant, Cherrypicking ist also angesagt, man ausgehend von den Earnings und der Reaktion, den Titeln, die sich potenziell im heißen Modus befinden und potenziell bewegen, haben wir eben The Trade Desk, TTD und Unity Software, kurz und bündig U, was interessant sein könnte und das ist meinerseits gewesen. Happy Trading, passt auf die Stops auf, wir hören voneinander wieder nächste Woche Montag, hier gemeinsam mit XDB zum Guten Morgenbörse. Bis dahin, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.